und herzlich willkommen zurück mein name ist tom und wir sind hier wieder bei unserer großen farm unterwegs der kollege hier hat es mal ganz lustig aufgeladen aber er ist auf dem weg zum abgeben in der gärtnerei soweit so gut was aber nicht so gut ist wie üblich wie vorher schon angesprochen also der hier wurde blockiert ist aber eigentlich egal weil hier drüben eigentlich gar nichts mehr ist das ist eigentlich alles leer weg und wenn es nur noch kleine fitzl also darf diese schose hier weg und so und dann würde ich sagen bringt der kollege das mal zurück an unseren hof und dann kann denn er auch direkt zum landmaschinenhändler schätze mal den brauchen wir heute hier mal nicht mehr du gehst mal kurz zur werkstatt und weg und go so problemchen nummer zwei ist der kollege hier wie gesagt keine ahnung was mit diesem komischen feld los ist sobald man hier zu nah an die grenze kommt ist tp aus und mag nicht mehr komm start doch mal warum starten die einen automatisch andere dann wieder nicht fragen und fragen so einmal du dann nehme die drei noch mit theoretisch wenn da wirklich die drei weg sind müsste er komm die kann ich auch noch kurz selber machen ja mir sonst nichts mehr groß zu tun etwas habe ich noch zu tun das möchte ich heute noch erledigen mit euch zum einen gucken noch ganz fix aufs feld ob wir schon spritzen können oder noch der striegel nötig ist ich denke halt immer noch striegel wollen wir nicht ja wegen precision farming also gibt es eigentlich nur noch etwas und das kann leider nicht automatisiert werden stopp 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 hier haben wir 10 perfekt das heisst wir haben 12 2 zu wenig wunderbar mal nicht eine zu viel auf dem feld theoretisch könnte ich auch sagen du gehst jetzt auch zu feld 56 aber nee es sind jetzt schon zwei die da rumdüsen was sollen sie machen da passt für mich der soll danach zum händler so das feld ist erledigt so und dann ab zur gärtnerei mit dir sehr schön gut perfekt also das ist erledigt für uns wie gesagt hier auf dem feld 56 da kommt jetzt der andere fast track der normale ein bisschen was ist da noch zu tun gucken jetzt mal wo ist denn der andere gärtnerei gärtnerei da schon abgeladen hat er noch nicht also steigen kurz einmal hier ein denn wie gesagt ich wollte ja gucken muss gewaltt werden hake ok ne hake machen wir auch nicht also striegel gibt es nicht mehr jetzt werde ich hake dran gut also müssen wir hier warten und unser tabak fällt hier ok hier ganz viel manche orts ganz wenig ja ja ok wiederum das passt ist ok für mich gut also das feld ist zu ende das feld wird zu ende gehen und ich gehe mal fix zu uns am hof den könnte ich eigentlich mal weg stellen brauchen wir eigentlich ja nicht mehr frage komisch rum komisch ok übrigens noch wegen den ballen die frage wie machen wir das 151 stück ich würde sagen dass ich nicht alle irgendwie komisch droppen muss werde ich hier einfach 100 stück eintragen also haben wir dann im nächsten spielstand hier 137 einfach als information für euch würde dann hier aufpuppen habe ich jetzt so mit den kommentaren gelesen werde ich so erledigen so das aus stimmt das letzte habe ich ja noch ok ich fahre wieder komplett falsch rum ran das wird auch den spass werden hier ne so ganz bestimmt nicht so auch nicht ich muss mir angewandt dass ich von der anderen seite anfah aa na olvid ah na 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 naa ah ah na 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 ona na 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 oi hihi also ich möchte den eigentlich hier mittig heranbekommen baa Dass ich den Grossen eigentlich da aussen hinstellen kann, das wird wohl nix. Ah. Vielleicht doch. Ah, wiederum. Sorum, nein. Der Various ist auf der Werkstatt gekommen. Sehr schön. Ah ja, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Oder auch nicht. So, aber jetzt. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Langsam rein. Einmal korrigieren noch. Und dann ist das Ding verräumt. Easy, ja? Kein Problem. Ich nehme an, ihr Profi-Bauern macht das sowieso immer so. In einem Zug rein, ne? In einem Zug rein. So, dann kann ich den nämlich mal kurz abstellen hier. Fliege ich denn da rein, dazwischen? Jo, passt. Perfekt. Ist zwar jetzt schön hinter dem Pfosten, aber egal. So, wir brauchen den Kollegen. Ich würde sagen, wir nehmen das mal kurz noch weg. Ähm, ich glaube, die hatte ich hier links, hä? Weisst du was? Wir machen das. Ah, Hilfe. Oh. Wir machen das kurz so. Ich würde hier ganz kurz das Gewicht weglegen. Äh, switch, 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 switch. So. Gut. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Ich würde es auch mal fix weglegen. Ich stelle das gute Stück jetzt einfach mal hierher. Ich glaube, dass wir keine Probleme bekommen. Kann ich nicht abhängen, hä? So. Passt. So. Und dann brauche ich einmal das Ding. Ihr könnt euch jetzt schon langsam forschen, was es geht. Denke ich mal. Okay. Gut. Und, äh, hoch das Ding. Hoch das Ding. Und dann fährst du bitte einmal ganz kurz zum Landmaschinenhändler. Wir müssen da noch was kaufen. Tschüss. Dann ist der nämlich schon mal unterwegs. So. So. Perfekt. Wunderbar. Also. Dann darf der jetzt auch zum Landmaschinenhändler. Am Ende des Tages werden wir vermutlich sogar unseren kleinen Traktor wieder einholen. Wir fahren ja auch ein bisschen schneller. Na ja, schön. Schön ist der Mond. Es wird Zeit für die Ernte. Es wird Zeit für die Ernte. Es wird wieder auf die Felder geöffnet. So. Ich werde den jetzt mal fix überholen. Dann kann ich nämlich, wenn ich schon mal da bin, dann gleich, ähm, das gute Stück kaufen. Okay, der eine Hälfer kommt auch. Ah, nee, das ist ja unser Abfahrer da. Nee, da hinten ist unser Helfer. Ey. Schon mal das Göpfchen Vortritt? Hallo? Immer das Gleiche. Immer dieser Raudis. So. Also. Dann würde ich sagen, du gehörst da dazu, ha? Stelle ich es gleich mal so ab. Und dann. Gönnen wir uns das eine Stück, das wir brauchen. Äh, zack. Bauen. Nee. Na? Äh, das ist jetzt unter Geräte in dem Fall. Ich glaube, es ist das. Äh, ist es das oder ist es das? Ich glaube, es ist das Ding. Ich bin mir nicht mehr sicher. Eins von diesen beiden. Ich bin natürlich speziell hier angepasst für, äh, unsere Reben. Aber ich meine, es ist das. Fünften. Ich weiss es nicht mehr. Ich weiss es echt nicht mehr. So, ich mach da ein neues Design. Hab mir rot, schwarz. Passt. Drei Punkte. Passt auch. Drei D-Ketten. Ja, komm. Und da, gute 8000. Sehr schön. Das heisst, ich kann dich mal gleich mitnehmen. So, und jetzt müsste ich das hier eigentlich, wenn ich das so angucke, eigentlich von der Seite mitnehmen. Was eigentlich ein bisschen mehr Sinn ergibt. Äh, okay. Okay, irgendwie macht das gar keinen Sinn im Moment. Hm. Ist es doch da? Ja, Hilfe. Na. Hallo. Okay, da kann ich es gar nicht anhängen. Da bin ich nur doof herangefahren, dass es nicht schnallt. Ich schieb das Ding mal ein bisschen vor hier. Ne. Hm. Aber wie war das jetzt nochmal? Okay, das bewegt sich mal gar nicht. Schön. Äh. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Liegt das vielleicht auch in unserem Traktor? Ich weiß es nicht. Ja. Lass das Ding. Ne, nicht das Ding. Schön, schön, schön. Also. Mal kurz in den einsteigen hier. Oder vielleicht habe ich es auch falsch konfiguriert. Das kann ja auch sein. Nein. Ne, da passiert auch nichts. Okay. Das funktioniert. Ach, Herr Jemine. Habe ich denn... Ich habe bestimmt bei dem Traktor etwas vergessen mit der Frontzapfwelle. Die Wehe oder was. Okay. Ja, dann müssen wir mal vorübergehend für diesen einen Aufdruck mal ein Leihgerät ausleihen. Würde ich es jetzt mal so sagen. Muss das Ding nochmal in die Werkstatt. Dann muss der halt mal noch fix in die Werkstatt. So. Zum Glück stehen wir gleich hier. Also kann der gleich da in die Werkstatt fahren. So. Bitte einmal reparieren. Frontzapfwelle ist kaputt. Ich stelle den ganz kurz noch aus dem Weg. Vor allem ist der Helfer noch aktiv. Ich stelle den jetzt einfach mal fix daher. Ich weiss, der gehört nicht dazu. Aber ist eigentlich egal. Habt doch aus dem Weg. So. Also. Dann müssen wir wie gesagt kurz einen kleinen Kompakttraktor ausleihen. der uns hier die Arbeit machen kann. Bin gar nicht sicher. Hab ich irgendwas Spezielles mit dabei? Eigentlich nicht. Die Frage wäre, welcher passt noch? Welcher passt denn hier noch? Ich würde sagen, komm. Wir leihen uns einfach mal für heute einfach mal diesen kleinen Fendt aus. Müsste eigentlich passen. Mieten. Ja. Nee, das ist nicht der kleine Fendt. Wo haben wir den kleinen Fendt? Da hinten ist er. Ich dachte schon, der ist doch eher gross. Ich bin zwar nicht sicher. Hat der überhaupt genügend Leistung? Hihi. Das werden wir jetzt gleich feststellen. Ah, Hilfe. So. Einmal nach oben. Und einmal hier. Und auch da. Zapfel funktioniert. Einwand frei. So. Dann. Ab. Aufs Feld. Mal was anderes. Ich werde das jetzt gleich hier dezent überholen. So. Ich habe gesehen, da hinten kommt nichts. Passt. Ich bin halt nicht ganz sicher, ob ich das Front, dem Frontmodus der Richtige ist. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Ob das so passt, wie es passt. Oder halt eben nicht. Das bewegt sich auch oben. Sogar der Treibstoffverbrauch. Interessant. Wäre halt wirklich witzig, wenn da wirklich komplett alles funktionieren würde. Also wenn das auch irgendwie funktional wäre. So. Dann bitte einmal hier rechts. Also ich glaube, das letzte Mal habe ich ja schon mal gemulcht. Das Feld. Und das war eigentlich auf... Ne, nicht gemulcht. Gegrubbert. Entschuldigung. Und dann... Das war ja eigentlich falsch. Zuerst muss ich ja mulchen. Und dann grubbern. Weil das Grünzeug ist ja wieder gekommen. Und bin nicht ganz sicher, ob ich das in der richtigen Stufe mache. Aber wir machen es jetzt halt einfach, weil wir es heute nichts mehr zu tun haben. Dass es dann auch gemacht ist, weil ich glaube mir, ab dem nächsten Monat könnte es dann langsam rund gehen auf den Feldern. Vielleicht nicht direkt auf unseren eigenen, aber bestimmt auf anderen. Und wir können uns dann vielleicht gar nicht mehr von Aufträgen retten. So. Ich bin gespannt, ob der Kleine genug Power hat, um das Ganze zu ziehen. Respektive Stossen. Das sieht schon witzig aus. Also, würde ich sagen, beginnen wir gleich hier und hier. Okay, das funktioniert jetzt schon mal gar nicht. Äh, Moment. Die Wiese macht er, aber auf dem Feld macht er nichts. Sehr schön. Perfekt. Also, er macht genau nichts. Toll. Okay. Äh, ja. So viel dazu. Entweder funktioniert das Gerät nicht, oder... Es stimmt sonst irgendwas mittels im Feld nicht. Oder ich benutze das Gerät falsch. Noch ein kleiner Test. So, runter das Ding. Ich glaube ja nicht, dass es auf der falschen Seite ist. Ich denke, da können wir es bestimmt nicht anhängen. Nein. Nein. Okay. Ich meinte, wir hatten das auf dem Hof auch, das Ding. Also, gemulcht hat er ja eigentlich, ja. Einfach nicht unser Feld. Einfach nicht unser Feld. Gemulcht hat er. Jo, alle drei sind abgeschlossen. Sehr schön. Ähm, jetzt möchte ich mal kurz schauen. Wo haben wir denn das hier? Ach, schön. Schon wieder ein Loch drin. Ach. Das ist irgendwo da vorne, ne? Im Wachstum. Aber da habe ich jetzt nicht diese Stufen. Wie bei den Reben. Also, sehe ich jetzt aktuell gar nichts in dem Sinn. Hm. Oder habe ich das Ding zu früh gewalt, äh, gegrubbert. Dass ich das gar nicht mehr wegbekomme in dieser Ernte. Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. Ei, ei, ei. Also, ich würde sagen, ähm, testweise werde ich den Kollegen jetzt hier noch einmal stehen lassen. Und das im nächsten Monat nochmal versuchen. Vielleicht geht es ja dann. Wer weiss. Wie gesagt, ähm, das Gras ist hier weg. Also, es muss irgendwie funktioniert haben. Also, das Gerät. Wenn es jetzt hier nicht geht. Ich habe keine Ahnung. Na ja. Ähm. Dann schauen wir noch ganz fix einmal, äh, zu dem. Der ist wieder auf dem Weg. Äh. Ich glaube hier. Haben wir denn noch irgendwas auf dem Feld? Der ist weg. Wo ist der andere? Sehr schön. Der lädt auch schon ab. Wunderbar. Ich glaube... Ich muss noch mal kurz in den rein. Ich muss noch kurz einmal da rein. Einfach nur zum gucken. So, ich mache dich mal ganz fix aus hier. Haben wir denn noch Ballen überhaupt auf diesem Feld? Ich schätze mal nein. Und wenn ist es eine Handvoll? Wenn überhaupt. Ich würde sagen, wir sind durch. Klar, es liegt hier noch ein bisschen heu rum, aber... Das schenken wir den Käfern. Gut. Also, dann können wir, wie besprochen, die Mission abschliessen. Vielen lieben Dank. Ja, das war sowieso der... Gut. Abschluss. Und... Abschluss. Tschüss. Somit haben wir knapp die Million... ...noch nicht erreicht. Aber wir sind wieder auf dem guten Weg. Schade, dass es jetzt nicht ging mit den Reben. Keine Ahnung, warum. Äh, da... Mach ich mal kurz. Was anderes rein. Du darfst zur Werkstatt. Na. Nein. Werkstatt. Danke. Tschüss. Gut. Also, grundsätzlich sollte jetzt eigentlich nichts mehr weiteres unterwegs sein. Da unten abgeschlossen. Unser Traktor da oben. Da habe ich noch was offen. In welchem Traktor habe ich denn das? Welcher Traktor warst du? Ja. Sehr schön. Dann ist das jetzt auch weg. Perfekt. Gut. Also, dann würde ich sagen, haben wir jetzt in dem Monat nichts mehr zu tun. Reben konnte ich nicht machen. Leider. Warum auch immer, dass das nicht geht. Ich wollte es ja für euch testen, aber halt, ja, wenn es nicht geht, geht es nicht. Falls ihr hier irgendwo, äh, Inflation habt oder selbst das schon gemacht habt mit Emulsion und mit dem Grubbern, ähm, dann schreibt es doch in die Kommentare. Ich würde sagen, für heute reicht es dann auch. Wir sehen uns definitiv dann im nächsten Monat wieder, ähm, wenn wir wieder was zu tun haben. Und, äh, ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, bis dahin, tschüss, bye bye.